Musik Willkommen zurück zu Let's Play Agarys Zero Gener- Ne, Agarys Generations of War Zero So rum Und in der letzten Folge haben wir ja Ah ja, wir müssen hier auf E drücken Ich hab grad Hä? Ich möchte bitte in diese Stadt rein Ich will gucken, was es da gibt, aber Man lässt mich nicht Ich wollte in den Shop gucken und so Aber wenn ich nicht darf, dann will ich nicht Dann bin ich ja zu sauer Und traurig Boah, schon wieder diese ätzenden Feen Ja, Mimele, diese Feen sind echt ätzend Das musst du jetzt nicht extra sagen Ja, da war ja was Ich darf den ja Ich darf den ja nicht so weit nach vorne setzen Ne, warte, wo hat er jetzt seine? Da hat er sein So Mimele ist verbunden Alles gut So Der hat seine da Das heißt, du musst eins vor Sie ist mit Karina verbunden Also ist alles gut Und du musst nach vorne Okay Dann können wir jetzt mal wieder gucken Wie wir verbleiben Skills Zuerst Dieses komische Viech hier kalt machen Du mit einem Impuls Denn diese Elfen, die kann ich nicht leiden Wenn die ständig in alle In alle Himmelsrichtungen abhauen müssen Ich hab nichts gegen Die anderen, die ein bisschen Ja, ja, die ein bisschen mehr aushalten Aber gegen solche Flüchter, die hasse ich bis aufs Blut So, jetzt das Skill Auf das Tierchen hier In Anführungszeichen Tierchen natürlich So, was ist dort? So, Skill Auf den Hä? Wieso ist der nicht mehr Wieso ist der denn nicht mehr verbunden? Bekloppt Egal, musst du halt auf den hier Einen Sonic Wave machen Geht jetzt nicht mehr anders Hab ich jetzt nicht aufgepasst, oder? Ach, weil der in eine andere Richtung geguckt hat Deswegen Deswegen war das So, auf dieses Viech Ein Trickett Diese Kackviecher Sieg hart hält sich deine Letzten auf dem Hals Hast du noch was, oder? Nein, du bist Hä? Du hast doch noch acht Aha, nee, aber dann musst du dich ja bewegen Stimmt ja Bewegen kostet ja auch Das kostet ja alles Das ist ja auch Nö So, einmal das 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 Mal gucken Na, das war's schon Das reicht schon Krass, hätte ich nicht gedacht Naja, auch gut Ja Nein Jimmel ist nicht ganz so stark Ich glaube, ich nehme die dann Mal raus Die ist halt lustig wegen dem Capture Aber stark ist, sieht anders aus Krieg mal noch ein Over Ja, krieg mal Cool Wenigstens etwas So, da ist nicht mehr Da ist nicht mehr Die haben sowieso alle keine AP Noch sie hat noch AP Und nur für eine Eisnadel Und das wird reichen Zieht die Hälfte ab, aber mehr nicht Du wirst auch nichts mehr Na ja, mach du mal So, jetzt die Siegkart Du da hoch Na gut, dann mach ich das Dann bleib du da Und bleib du da Bleib du da Und die beiden verbunden Und du kannst Hier mit reingehen Du bleibst da Ich will beenden Ja, das wäre sehr freundlich Aber Siegkart Du bist da in der Angriffsrange Von diesem Viech drin, oder? Ja, es darf anfangen Natürlich Habe ich Schnauze Habe ich gerade nicht bedacht Bist du nochmal dran, oder? Natürlich bist du nochmal dran Hast du ja Hast du ja immer ein 30 AP So, du bist da jetzt nicht drinnen Aber Siegkart Ja, es ist Sehr gut Doppel-Edge Und noch ein Flamme-Edge hinterher Doppelt hält nämlich Dreißigkart nämlich besser Kapau 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 habe ich gesagt Ja, danke Sehr freundlich Ich freundlich Ich will doch nicht so rum Du und dein komischer Feenstaub So, Shkaru, kaste kurasai Ja, das sage ich dir auch jedes Mal Eisnadel Besiegt Geschafft Wir sind einfach super Rang A Rang A Kein Aufstieg Schade Aber wir haben gewonnen Das war anstrengend Ab in den Imbala-Ilen Mal gucken, was die diesmal zu sagen haben Oh, es ist dunkel Krass, dass sie diesmal alle langlaufen Sonst fehlt auch Mime immer Oh, es ist dunkel Das ist nicht ein Schreck. Das ist gut. Es hat sich in der Zeit geblieben. Alle! Hören Sie sich nicht! Jetzt ist der Nebel wieder dünner. Ich begreif's nicht. W-w-warte, warte! W-warte, warte! W-warte, warte! Ja. Warte ist gleich nahe. Hm? ... ... ... ... ... Very strange. Let's go. It's strange. It's strange to die. Anywhere... I'm still near. Yu-jen. Yu-jen?! Ich begreif's nicht. Was passiert denn mit den allen? Schei... Sa... Sa... Sacki-Made-Tonari-Ito. Also, wenn noch jemand verschwindet, dann ist es wahrscheinlich als nächstes Routier. Und, 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 und... Wahrscheinlich wird Sika dann gleich alleine dastehen und dann seine Freunde sehen. Ja, jetzt sind alle weg. Mhm. Alle außer Miebel und sie... Na gut, das hätte ich mir auch denken können. Aber doch nicht auf einmal. Oh... Minna! Jake! Minna war... Und, 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 und... Woher soll Sieg das wissen? Ich weiß nicht, was passiert. Mimele, weg! Ich bin nicht weg! Ich bin nicht weg! Ja... Ja... Boah, ich bin gut. Ich konnte Miawa als Katze übersetzen. Ach, dieses wie ich. Ach ja, okay. Alles klar. Ich weiß, wer gemeint ist. Kriegen wir einen Teampartner. Ach, genau die. Also, glaub ich. Warte, lasst mich ihr Gesicht sehen. Ja, das ist die, genau. Ich kenne halt schon alle weiblichen Charaktere, weil ich die Thump Mails gemacht habe. Ah, jaっぱり地元の人じゃないんだ. Ich bin ja auch, wenn ich die Thump Mails verabschiede, wenn ich die Thump Mails verabschiede, wenn ich die Thump Mails verabschiede? Ja? 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 Das war so klar, das habe ich kommen sehen, dass sie das macht. Ach, das war so klar. Ach, das war so klar. Ich kenne sie als Mimele. Hm, das ist ein lustige Name, oder? Ja? Das war so schwierig, oder? Das war so schwierig, die Leute. Wir können kein Paar sein. Fisiten sie noch ein Kind? Ach, ja. Das war Mie-chan. Das war so wichtig. Agana ist Tetra. Sie ist ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Und ich bin ein Kind. Ich kann nicht wissen, aber ich kann mich nicht. Ich bin ein Kind. Nyaa, nyaa. Tetra. Nyaa, nyaa. Das war so, wie sie zu tun. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Nyaa, ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind mit euch, wie sie. Ich habe mich für die Schmerzen, und ich komme für die Schmerzen, um den Weg zu den richtigen, nach dem Weg zu den Weg. Und ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich kann mich hier aussehen. Da ist es sehr anders. Das ist ziemlich anders. Das war's für mich. Das ist so ein bisschen was ich. Das ist wirklich wirklich das. Ich bin derzeit auf der Fluss. Die Fluss zu werden, wo sie in der Fluss gekommen sind? Warum? Ich denke, dass ich mich nicht fühle. Ich denke, dass du, woher ich mich noch nicht? Ich bin der Fluss. Ich bin der Fluss zu gehen. Ich bin immer noch ein paar Jahre alt. Ah, Alice. Schön, die hat so eine gute Waffe. Ach, alle sind wieder da. Na gut, überzeugt. Schön, du kennst dich. Du bist ja bezüglich? Ja, ich bin plötzlich nur ein, aber ich habe mich beeindruckt, aber... Neuer Party-Member. Mal gucken, wie stark sie sein wird. Und mit dem Schwanz? Ah, Nya-Nya. 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 Kommt jetzt noch ein Bosskampf, oder? Nya-Nya. Nya-Nya. Neu! Du bist donc eines anderen Spannungsfors. Ja, drin. Ich bin mir ein eigenes Lieblingsverkauf. Ich habe mich für den Lachen geflossen. Ich bin etwas zu essen. Ich muss mich an den ZEB-Fan essen. Ich bin ein Lieblingsverkauf. 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 Naja, Eugene, nimm du sie ruhig. Ich hab kein Interesse an einer Frau mit Schwanz. Ich hab gesagt, er kann sie haben. Eugene, nimm du sie nicht. Nein, ich habe ihn mit einem Schweren. Ich habe ihn nicht mehr als Schweren. Dann, du hast du Geld, wenn du Geld hast. Das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ich habe auch noch einen Schweren, nicht? Das ist gut. Dann gehen wir. Okay. Sind wir durch? Sorcery Field. Einmal. Natürlich sind wir noch nicht durch. Hat ja auch bisher nur acht Minuten gedauert. Ja. Jetzt ist es sicher. Ja. Ja. Entstanden. Hey, wir sind durch Und mal ganz ernst, weil ich nicht verstehe, warum bei diesem Tulipfontein da oben Immer noch das Quest-Symbol ist, vor allem kann man da ja nichts mehr machen Gut, wir können gegen die vier da drin kämpfen, aber das will Ich verstehe schon, dass das irgendwie angezeigt wird, dass man da noch in so eine Unterkarte reinkommt Aber da hätten sie das Quest-Symbol dann wenigstens in einer anderen Farbe machen können Denn so sieht das ja So sieht das so aus, als könnte man hier noch was erledigen, was ja aber nun mal nicht so ist Rechts gab es nur Items zu holen und links gab es den Endboss-Kampf von diesem komischen Stein Also ich begreife es nicht ganz, aber Ist auch ehrlich Achso, jetzt verstehe ich, warum ich da nicht reinkam Da ist auch nicht das Shop-Symbol drüber Ist okay, ich hab's jetzt verstanden Also Freunde, das war jetzt ziemlich viel Story Und ich denke auch, das reicht Man muss ja nicht immer so lange Folgen machen Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, wenn wir das Ariara-Field cleanen Also, bis dann, ciao